Aber jetzt kann ich ein bisschen mehr machen. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 4 Multiplayer. Ich bin Jay Jones Joker und mit dabei ist der verrückte Haufen Terror-Cars-Crew, ja. Alle am Start, also der größte Teil, der meistens von euch ist. Der Fanny ist nicht mehr da. Ja. Muss auch mal ohne gehen. Der Karl hat übrigens einen neuen Spitznamen. Er heißt nicht mehr Jay Jones Joker, sondern Gay Jones Joker. Ja, das stimmt gar nicht, Mann. So ein neues Daumen wieder. Echt, Mann. Stimmt ja gar nicht, stimmt ja wohl. Die Beziehung ist nur Tarnung. Ja, ist klar. Locker Domination, ab auf die Fresse, die AWS ausgepackt und... Oh, Multikill, oh. Bei mir lädt die Map noch. Ich glaube, das ist so schlecht. Ja, Mann. Jetzt gibt es erst eine Schrot-Action. Ich bin aber Spaß, die 12. Nein, ich war das First Blood. Ich geh, ich mach Rage Grid. Ja, ich, ich komm auf dem Server und hab keine Waffe in der Hand. Das ist auch geil und wird sofort gekillt. Wie, wenn der Granate ist, der explodiert? Yeah, ich hab mich. Ähm, Karl. Wir spielen jetzt Stick'n'Stoens. Ja, Mann. Ich nehm den Stein. Ich nehm Papier. Schere. Weiß, dass die Schäden mal verlieren wird. Die Hörnchen. Spock. Spiele Stein, Papier, Axis, Spock spielen. Genau, ich nehm Spock. Bazinga. Leckt grad bei mir ein bisschen und meine eigenen Teammates schiefen mich an. Oh, kann ich denn da wiederholen? Buckley. Ich hab mich selbst geflasht. Wer ich niese. Wamm lecken das grade so? Was soll dat denn? Ja, irgendwie... Alter, Spielserver scheiße. Oh Mann, der hat mich mit der Farmers übern'Auf geschossen. Voll du lobe. Mann. Die Teamkameraden. Oh, Slayer King hat nen Able. Alter, ich werd schon wieder gekillt, ey. Das geht nicht. Boah, die ist ja voll laut, Alter. Was hast du denn da? Wer ich? Ein Rasenmäher, ne Handelarbeit. Ich hab'n Rasenmäher. Rrrrrrrrrrrr. Vor allem, warum leckt'n das so? Ist der Polackenserver, der Ping... Der Ping ist widerlich hoch, ja? Das leckt halt scheiße. Ja, aber, äh, lag' den doch eben nicht die ganze Zeit. Und ich war schon hinter der Wand und er schießt mich trotzdem, danke. Oh, ja, ist ja richtig. Geht voll auf Duty spielen, Mann. Shit. Uh, n Gegner eliminiert. Wirklich steil. Ne, meine Pistole hätt ich gewählt. Halt die Ohr erwischt? Scheiße. Sorry. Kapitän 73 abbezogen. Yeah. Hätt nicht wie die restlichen 27 sein können. Komm her. No Christ, hab ich gekillt. Mann, weg von der Heizung. Weg von der Heizung. Weg von der Heizung, das ist teuer. Nein. Bluter Penner. Den Satz kann man jetzt noch weiter spielen. Ja na sicher. Doppelkipp. Na sicher, wie er mich noch gekillt hat oder was. Das ist ja jetzt Quatsch. Burned. I'm so prime. Das ist was, was nipfenscheiß. Oh, ey. Ich bin von einer Explosion gestorben und da steht er. No, fuck, ich hasse Granaten. Aber Granaten. Ich wollte grad sagen, den Typen muss ich ja wohl kriegen, auch wenn er dreimal an mir vorbei gerannt ist. Da ist einer in der Hütte drin. Ah, bin ich geil gespawnt. Ah, bist hinter mir gespawnt. Ja, bist du richtig mit der Farmer aus, die Scheißkerei. Ich glaub ich nehm auch gleich ne andere Waffe. Oh, ist lieb. Versorger spiel ich... Ich hab grad immer Medi-Pad. Ah ne, Versorger haben wir ja. Ich pack jetzt die AEK aus, oder? Spiel ich mal was anderes? Ich weiß nicht. Nein. Ja genau. Ich spiel die AR-160, die kann auch. Nein. Ah, da ist ein Laserpoint ja drauf. Die müsste ich da mal runternehmen. Das ist ja abartig. Ah, Schotti. Wichser. Sorry. Schotti oder Schotti? Schotti. Aus dem CS. Nein. Schrotflitten-Duell, und der hat natürlich die Wurdiv-Feuerat. Jawoll! Scheiße. Muss man auch mal sagen. Ach, Bacos soll gekickt werden? Hol dir, Tobias. Rechts. Rechts. Da kamen gerade hunderte Granaten reingeflogen. Nein, sag ich ja. Ich treff nicht. Ich auch nicht. Ja gut, was hab ich hier? Ich hab gerade 60er Ping. Aber ein bisschen laggy ist es immer. 64 ist trotzdem... Ja, es laggt irgendwie in letzter Zeit. Scheiß blöder Patch. Ist der lag Patch? Ja. Die machen nur mehr kaputt, als sie reparieren. Da hast du aber recht. Ich reparieren, weil ich nicht. Das kennen die nicht. Da wollte ich auf meine Teammates schießen, das geht ja mal gar nicht. Erstmal weg hier und nachladen. Ey, so schnell keiner kann reagieren. Arsch. Ey, ich hab das erste Mal den Spawnschutz erlebt, was? Ich hab ihn einmal erlebt. Ein einziges Mal. Das war so wunderbar. Ne, ich mein bei mir. Achso, ja, das ist immer so eine Sache. Das war herrlich. Der hat mich einfach nicht totgekriegt. Alter, wir schmeißen hier so ne heftigen Nades, Alter. Shepardt ja hier wie sonst was. Er ist jetzt zusammengeklaut und dann wird's weggeschmissen. Ja. Alter, von da hinten. Von? Hätten mich gekillt. Krimer mit der RPK 12. Boah, den Block hab ich mir schon die Finger verbrannt. Oh, meine Fresse. Äh. Ah, Zeit. Ja. Bleib liegen. Doppel kill. Das ist ne Grate. Wow, kill, kill mit der Granate. Yeah. Bin gut. Scheiße. Ich liebe die AUK3. Schon bei Battlefield 3. Ja, die kann ein bisschen was. Ach, da ist dann noch einer. Ein bisschen? Die haut rein. Kills in Folge aufgehalten. 18. Hä? Oh, da waren drei Gegner vor mir. Einfach mal reingeguckt, was da so los ist. Ah, diesmal ziehen wir die nicht ganz so ab, oder? Kann das sein? Die Runde vorher war... Von hinten, Benny. Ja, wo man bei mir gespawnt ist. Ich. Keine schlechte Idee. Ganz schlecht. Ja. Ich hab noch geschossen, aber da war's schon zu spät. Ich bin nur erst auffällig geworden, wo du gespawnt bist. Ja, das tut mir ja leid. Mehr zu verkehrt, wo? Ich hab halt so'n lauten Spawn. Ja, wenn ich spawne... Komm, da ist'm Arsch gekrochen. Da drückt richtig die Wurst durch, du. Oh Mann, ich dachte ich schaust. Alter, wo kommt der denn schon wieder her? Oh, links, links. Oh Gott. Links, rechts. Ja, der hat mich auch getötet, eben. Wo der auch immer war. Oh, da ist auch ein Metal. Nix. Keinen einzigen Schutz getroffen. Total Rifle Metal. Nein, geil. Steht kurz vor unserem Spawn hier. Ja, sorry. Das war der, den ich übersehen hab. Also, nicht getroffen. Alter, jetzt holen sie uns beim Spawn weg. Was ist jetzt los hier? Was war denn das hier? Impact? Nein. Nicht da. Vater. Ist halt blöd, wenn man immer an derselben Stelle spawnt und die Gegner da sitzen. Fuh, alter, fuh. Genau so. Aber ganz dick, fuh. Fuh. Alter, ich war dahinter, wie geht das? Ich kann nicht da durchschießen. Ach, ich sollte mich vielleicht ein bisschen weniger aufbinden. Nein, 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 nein. Oh, Gott. Boah, ich kann hier nicht raus. Wie seid ihr alle so still? Warum seid ihr alle so still? Wir versuchen konzentriert zu spielen. Und ich versuch, wir nicht zu fluchen. Aber Katz ist vergessen, es wird nichts, Alter. Ja, hau raus. Alter, weil in der Ende der Team ist... Hey, wie schlecht ist dieses Team? Ich geb Deckungsfeuer, Alter. Rennt da einfach einer hinter mir und er schießt mich von hinten. Oh, Mann. Können die die Granaten nicht verbieten. Hä? Ich hab den einen erschossen. Aber da muss ja noch einer gespawnt sein. Das gibt's doch nicht. Boah, Feuerwehrennig kriegt mit der Nate. Coole Sache. Huch, scheiße, wer auch immer das war, sorry. Will die Medi-Pack eben. Oh, camp da mal ne Runde. Hast fein gemacht. Also, campen haben sie ein bisschen drauf, ne? Oh. Ja, hinter der Wand werde ich noch angehittet. Hauptsache, du lebst. Aber so ein bisschen, ne? Oh. Sorry, Andy. Toll, den Andi kill ich. Ich hab aber den Rest. Ich hab erstmal ein bisschen aufgeräumt hier hinten. Wie sieht das aus jetzt? Tot, ja. Kaum guckst du aufs Scoreboard, wirst du wieder erschossen. Yeah, ich hab... Nee, doch, ist irgendwo ein Gegner. Geil. Ich geh mal in den Keller gucken, ob die Russen schon da sind. Äh, Entschuldigung, die Polen sind ja hier die Gegner. Keine Angst, hab ich alle weggebracht. Ach man, Schott, du an Assi. Assi? Assi. Basi. Basi? Der Baseballschläger. Auf den Kopf, Junge. Immer auf den Kopf damit. Und gleich die SKS klauen. Ja. Ah. Der war fix. Jo, blöder Rechts- und Linksläufer. Nee, nee, nee. Spawn ich denn hier? Nee, nee, wer nicht? Ah, nicht spawnen bei mir. Ist nicht durch, jetzt da... Oh, komm, hier... So'n Stöpsel. Alter, die Nase hat mich noch erwischt am Arsch. Rutscht die Treppe runter. Ey, ich war drei Kilometer weit weg von der Granate schon. Und Andi war vor mir und wurde auch noch weggerührt davon. Gibt's ja nicht. Keine Chance. Shotgun... Alter, die können auch nichts anderes, oder wat? Alter, sofort. F2000. Und F2000 können sie. Na, das stört mich ja nicht, wenn sie wenigstens mit normalen Waffen schießen. Und jetzt, Nate, ein der Typ. 12, 17. Super, ich freu mich. Jetzt bin ich nie mehr am Positiven. Nee, ich auch schon lange nicht mehr. Das hat sich hier erledigt, glaube ich. Ach, das ist vorbei. Shotgun, echt super. Da kommen welche. Draußen. Ey, bis eben gerade war ich noch positiv. Dann kann sie mit Shotgun. So, nehmen wir vorbei. Äh, was? Oh, mich mal wieder. Oh, man. Hallo? Wer denn? Wo denn? Ja, mit Medikit kannst du mich nicht wieder belehnen. Nee, ich kann doch auf deinen Kopf gehalten, auf deine Beine ein Ruf gehalten, Mensch. Auf geht's. Und dein Team hat verloren. Ja, aber noch so. Ja, aber noch A-Squad, ne? Wollen wir mal sehen, was die Punkte sagen. Das ist scheißig. Du kriegst keine Punkte, du warst so schlecht. Ja. So aber nicht, mein Freund. Oh, doch. Äh, das ist dämlich. Ah, es gibt ein bisschen was dafür, ein bisschen was dort für. Dafür gibt's nix mehr. Da auch nicht für. Dann gibt's da noch Visiere. Ein Visiere. Überspringen. Das, das, das. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge mit den Verrückten. Haut rein! Und nicht vergessen, abonnieren, kommentieren, Like-Button drücken und was nicht alles und allen Freunden von erzählen. Und nicht vergessen, wir sehen uns in der nächsten Folge mit den Verrückten.